Und die Aufnahme auch schon wieder starten. Willkommen zurück zur LPLS und natürlich Prost zusammen. Uh, der war gut. So, wir müssen hin und her schaukeln. Das war ja die Sache. Huiiii, das dürfte aber, glaube ich, reichen. Oder noch nicht, nee. Kann doch nicht schneller rennen, ne, glaube ich. Jetzt, 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 jetzt. Nein, Alter, ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch unfassbar. Da müssen wir noch mehr hin und her schaukeln. Ich glaube das nicht. Ja, wie schleimt heute. Ich schau die Let's Play Live Show von Flexi. Hat er ja recht, guckt er ja. Irgendjemand hatte gestern mich gefragt, äh, wann die Staffel der Let's Play Live Show aufhört, weil wir bei Folge 160 waren gestern. Ich hab mir da gar kein Ziel gesetzt, bin ich ganz ehrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, ja, nur die Wahrheit gesagt. So, jetzt aber, jetzt muss es aber klappen. Uuuh, Alter, ey, das, was ist das? Mache ich was falsch? Oder muss es noch mehr? Ich glaube, es muss noch mehr schaukeln. Ich schaukel. Ich schaukel. Dann schaukeln wir mal richtig jetzt so, komm. So. Applaus, Applaus. Wir stehen vor dem Treppenhaus. Was, Deutsch, wo bist du? Kenn ich nicht. Oder sollen wir ihn, oder sollen wir ihn Timmy nennen? Timmy, unser kleiner Timmy. Timmy. Probier mal mit springen. Ja, ich probier's gleich mal. Ich schaukel das Ding noch ein bisschen mehr. Das End ist offen, Flexi, gell? Ja, auf jeden Fall. Open End. Aber wie gesagt, so staffelmäßig hab ich jetzt gar nicht gedacht, dass das irgendwie staffelmäßig werden soll, sondern eher so, äh... Ah, okay, super. Ja! Sondern, dass es einfach nur so halt folgenmäßig wird, ne? Timmy ist gut. Timmy! Der kleine Timmy mit den leuchtenden Augen. Ich frag mich ja immer noch, wo wir sind, ne? Sind wir in so einer Traumwelt, oder wo sind wir? Kann ich hier was machen? Timmy, Timmy! Wie er guckt, ne? Okay, da kommen wir mal hier hin. Ich frage mich... Ich frage mich gerade, wo wir jetzt hier weiterkommen. Äh, äh, da kommen wir gar nicht dran. Wie sollen wir denn... Ah, warte mal. Probier mal was. Aber das geht ja, das wird ja gar nicht funktionieren, oder? Ne, hä? Hä? Huih! Huih! Hm. Hätte ich doch anfangs gesagt! Timmy! Timmy! Mit Kulat und ohne Zähne. Hehehe. Oh, Mist, da kommen wir gar nicht rauf. Oder müssen wir da irgendwas, müssen wir irgendwas holen? Ach, ja. Stimmt, da war ja noch eine Kiste, ne? Dann werden wir mal die Kiste mitnehmen. So. Dann kommen wir nämlich da auch auf die, äh, an das Seil dran. So. Halt, ich will mitfahren. Yeah. So. Wie Timmy da steht, ne? Äh, was mach ich jetzt? Was mach ich denn jetzt? Ich glaube, ich glaube... Warte mal. Kann das sein? Ist das richtig so? Tatsache, ich glaube es nicht. Helm ist der Souverän ist wieder unterwegs. Huih! Uah! Ich glaube, wir sollten, glaube ich, erst den Schalter ziehen. Oder? Ich will mitfahren. Warte, 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 warte. Oh. Ähm. Was? Stellab verschüttet ihr braunes Fläschchen. Haha. Mit. Vitamalz. Ui. Oh, da ist eine Säge. Oh, oh. Wir müssen wahrscheinlich da oben rauf. Warte mal. Ich glaube, das war falsch. Ja, das war falsch. Ja. Hey, eine Säge! Der kleine Timmy, ja. Rennt einfach mal in die Kreissäge. Ich glaube, wir müssen erst den aktivieren. Und dann, glaube ich, irgendwann den anderen. Timmy, weile dich! Los, 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 los. Oh, das war knapp. Ja, und ihr Freund, ich, hat sich gerade einen Weizen gegönnt. Oh, nein. Was war das gerade da unten? Ich gehe mal hier lang. Hallo? 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 Timmy, was machst du da? Ah, ein Collectible. Cool. Allein im Dunkeln. Geil. So. Prost zusammen. Mein Inet geht nicht mehr richtig. Oh, okay. Das ist schlecht. Voll knuffig, das Spiel. Aber auch irgendwie hart an einigen Stellen, muss ich sagen. So mit den Sägen und alles schon... Ähm. Können wir daran schleichen vielleicht? Ulla, ulla. Shake your reflexes, Limbo de Janeiro. Ups, heißt ja Samba. Ja, hallo Schnoggi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Was, wenn wir schleichen? Funktioniert das? Ich probiere das mal. Ich glaube, wir müssen mit der Motte oder mit der Fliege da hochfliegen. Kann das sein? Ganz langsam. Timmy, ganz langsam, Timmy. Ganz langsam. Jetzt spring! Ha, ha, ha. Lass los, du Sau. Lass los. Lass los. Lass los. Lass los. Timmy. Oh. Tut mir leid, du hast ein Bein verloren. Wie er geguckt hat. Voll geil. So. Äh. Ja, und Timmy wanderte weiter. Ladaladaladala. Ladaladaladalala. Ladaladaladaladala. Ladaladaladala. Ladaladalala. Ladaladaladaladala. Ladaladaladala. Ladaladaladelaladala. Ladaladaladaladaladalad. schaut ein schalter auf einer plattform und hier oben haben wir sind das zwei kisten oder eine sind das 2 ist eine kiste eine kiste gehen wir erst mal hier rauf und gucken wir mal was was wir oben haben sag mal flexi welche musik darf man streamen ohne stress zu bekommen die gamer frei ist also man muss musik bekommen die gamer frei ist da gehst du am besten auf boah gib einfach mal ein bei google zum beispiel free music royalty royalty free music musste mal eingeben da wirst du da wirst du auf jeden fall fündig okay royalty free music so da haben wir einen schalter ich weiß nicht ob wir den brauchen den reifen aber fuck scheiße okay stellen wir das mal hier hin na spring rüber timmy nicht zu danken immer wieder gerne ich weiß zwar nicht was wir mit dem reifen tun sollen müssen müssen wir mal gucken auf jeden fall ja das wird nicht funktionieren das wird nicht funktionieren toll super verdammt ich glaube ich glaube ich glaube so rum ist glaube ich besser ja 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 jawohl aber wo fällt dieser reifen hin und was macht der ich bin mir da nicht so ganz sicher was da jetzt passiert ich Perspektive einfach nicht möglich das ist richtig ohne Lösung? Ey, das glaube ich jetzt nicht. Wir müssen wahrscheinlich die Kiste da irgendwie runterkriegen. Ah, ich glaube, okay, alles klar. Kommt denn nochmal wieder der Reifen? Boah, das war aber knapp. Was kennt ihr meinen Welthit? Reflex, Reflex, so exciting. Was? Okay. Ja, wie gesagt, ich bin das nicht. Vielen lieben Dank an euch alle. Wie gesagt, vielen lieben Dank. So, ich muss mal eben hier kurz... Sag mal, seid ihr wahnsinnig 37 Zuschauer? Alter, ihr seid so nett und lieb. Vielen lieben Dank. Willkommen zu Limbo. So. Wir haben auf jeden Fall den Wald verlassen. Und sind immer noch in diesem Werk hier. Mit Timmy. So. Was passiert denn hier? Hm. Okay. Kleinen Moment. Kriegen wir die... Nee, die Kiste kriegen wir gar nicht runter, ne? Wohl eher 37 Millionen. Was? 37 Millionen? Was? Komm, ich wills mal gucken, wie's aussieht. Ja, da liegt der Timmy und schläft. Wir schauen dich halt alle gern flexi. Ja, vielen lieben Dank. Da bin ich auf... Wie gesagt, immer... Ah. Vielen lieben Dank dafür. Danke, ihr seid die geilsten. So. Also hier rauf ist schon mal auf jeden Fall richtig. Aber wie kriegen wir denn... Ohne Kiste kommen wir da nicht rauf, ne? Hm. Ich hätte gedacht, vielleicht die Kiste da runter schieben, aber... Die würde ja... Doch, Moment. Natürlich, das würde Sinn ergeben. Aber wie... Ah, alles klar. Genau, wir finden den flexi Dufte. Ja, ich merk's gerade schon. Aber danke, Baba. Ich hab's gerade auch schon festgestellt. Yay! So. Ja, ist so ein bisschen verwirrend mit der Leiter. Man denkt so... Hm, okay. Ja, sauber. Äh... Und jetzt? Und jetzt? Okay. Hm. Ja, zweite Kiste. Könnte ne... Gute Idee sein. Müssen wir mal gucken. Steht da oben jetzt noch eine? Oder... Nein? Steht keine mehr. Gucken wir mal auf der anderen Seite, ob wir da noch ne Kiste haben. Gehen wir nochmal zurück. Ah ja, hier. Wunderbar. Sehr schön. So. Dann nimm uns mal mit. Äh... Hallo? Nein, du bleibst hier, Kiste. Kiste, du bleibst hier. Schön hierbleiben. Yay! Hä... Oh. Sauber. Das funktioniert auf jeden Fall. So, sehr schön. Wart auf mich, Fahrstuhl. Ja, sauber, sehr geil, cool. Wo fährt das hin? Das schaffen wir niemals. Niemals schaffen wir das, niemals. Warte, 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 warte. Au, 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 au. Alter, das tut doch weh. Verdammt. Vielleicht mit anlaufen, drücken. Bleib stein. Und da kommen wir niemals hin. Ah, vielleicht mit Schaukeln. Vielleicht müssen wir erst die Kette ein bisschen anschaukeln. Hui! 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 Konsolico. Ja, vielen lieben Dank für den Tipp. Dankeschön und willkommen zur Let's Play Live Show. Oh, Alter. Alter, war das knapp. Hui! 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 So. Oh, oh. Ähm. Äh, bitte was? Äh. Äh. Timmy, was hast du getan? Prost zusammen. Oh no. Alter Schwede. Das war so klar eigentlich. Aber, ja, keine Ahnung. Timmy. Was machst du da? Ach ja, Leute. FC Ingolstadt, erster Sieg. Ole, ole. Ja, und Paul Wilburum, Spitzenreiter. Ja. So, Timmy, jetzt bleibst du aber schön am Rand stehen, ne? Schön stehen bleiben, Timmy. Schön am Rand stehen bleiben. Äh. Ich glaub, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ja, sehr schön. Müssen wir jetzt darauf, oder? Ja. Ich probier's mal. Äh. Äh. Bitte was? Wieso lässt das denn funktionieren? Ha? Oh, wie gemein mit Magneten. Warte, 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 warte. Haha. So doof ist der. Flex jetzt gar nicht, aber, äh, scheiße. Wie kommen wir denn jetzt da wieder rauf? Verdammt, so ne Kacke. Na. Bzz. Äh. Los, 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 los. Tschau an alle. Ja, mach's gut. Pika Pikachu. Schlaf gut. Bis denne. Schön, dass du da gewesen bist. Wie gesagt, nächsten Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Let's Play Live Show. Komm, 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 komm. Oh. Alter. Alter Schwede. Hehehe. Ähm. 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 Nein. Nein, 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 nein. Wie dummes Alter, du dumme Drecksau. Du kannst nichts. Du dumme Drecksau. Du kannst nichts.